Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anna-Lena Scha aus Hünse und Galotta. Galotta ist eigentlich die Tochter des Gascadello 1, also soviel im Besitz von Tert Neukäcker. Anna-Lena Scha. 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 Dafür sind es 86,6 Sekunden, 7,9, 0,3 sind 7,6, alles wert, nur zu gut, kann lockern. Das hier ist die Erfahrung nun mehr in der zweiten Qualifikation der letzten deutschen Spielpferde mit Katentdruck.